da sind legt mich am arsch focus boost hier war gerade irgendwas dann noch eins ich hab hier das ist wirklich sehr bedrückend bei er es hat sehr gut hauen wir sie kaputt ich glaube ihr sterbt dreimal ja ihr seid wir sehr schön freut mich für euch hauen sie kaputt deine links rechts kombo du weißt genau was ich meine ich habe sie dir beigebracht so ich glaube dem geht es dann nicht mehr so gut so schauen wir mal wir haben hier wieder irgendwas neue kampf impression freigeschaltet oder so ein halbock sieb das ist gut den hauen wir da rein hier den sollst du da rein machen ja so haben wir hier irgendwo noch einen kick frei nein natürlich nicht ok ich habe hier unten Angst das ist bestimmt noch mehr und sichtbare fücher höp strukturschwäche mach sie auf warnung biohazard man könnte auch schreiben können boden nicht ganz so gesund da ist die ganze scheiße von einer ganzen stadt angeschwemmt worden das ist voll eklig da wirst du garantiert nicht reinfallen ja hier ein bisschen heilung ja komm nimm doch die heilung mit menschmädel so jetzt werde ich übrigens ein kompletten stück durchspüren und das dann splitten wie ich es ja schon mal angekündigt habe hallo hallo was keine ahnung das kann man nicht wirklich lesen falls einer von euch das lesen konnte könnt ihr mir gerne sagen was da stand have pain and pain habe schmerz sei schmerz huch da ist es kaum unerwartet Professor da vorne ist er los gehen zerboxen oh ne das war anders hey noch eine spritze Doktor ich bin verletzt wo ist er wo ist er wo ist er kenn ihn wo ist er wo ist er gehen geh die wagen entlang bis zur kabine und finde die notbremse äh ok lass mich schreiben gegner hab ich irgendwie mit gerechnet so in die einfachste kombo bauen wir einfach mal heilschläge ein weg 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 Okay, wisst ihr was, Jungs? Das machen wir so. So. Machen sie die Türe auf. Oh, hey, mehr davon. Warum hört sich da irgendwer so gedämpft an? Nein. Okay, machen wir einmal die Bewegung weg hier. Ach, einer lebt noch. Mist, ich habe mich übersehen. So. Haben wir jetzt gebremst? Das sieht sehr gebremst aus. Ja, definitiv. Gut, dass es uns rausgesteuert hat, dass wir nicht zerschellt sind, aber Zufälle gibt's. Mensch, das glaubt man gar nicht. Und hier steht schon wieder Brain Pain, Half Pain, M Pain, bla bla. Überall dieselben Sprüche. Fahre Tür auf. Ich hatte gerade einen Zugunfall. Meine Lebensenergie ist voll. Hm. Fragwürdig. Ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was da unten lauert. Gehen wir weiter runter. Hier ist es schon wieder. Da hängt schon wieder so robust. Ist schon wieder arschgruselig hier. Und ich glaube, es kommt gleich nochmal Green Teeth. Da müssen wir ihn boxen. Sehr hübsch hier übrigens. Sehr romantisch eingerichtet. Hüpp. Ich habe hier gerade... Es ist so ein bisschen eine sehr bedrückte Stimmung. Es ist so ein bisschen auf Schocker ausgelegt. Da rechne ich jetzt gerade die ganze Zeit mit. Oh, hey. Denen geht's nicht so gut, glaube ich. Okay. Bäm. Ah, das gibt nochmal Zusatzerfahrungspunkte. Und ich verstehe. Oh. Ich habe so das Gefühl, es kommt noch was. Ich warte die ganze Zeit schon drauf. Ah, also. Oh, na komm, spring drüber. Spring doch. Okay. Ah, nicht mehr Fokus. Greif die richtigen Gegner an. Nillen. Spocker. 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 Okay, so. Jetzt kriegt er das. Spocker. Ja, komm. Hey. Hey. Was hat geräuscht? Hey. Was hat geräuscht? Hey, das dauert ewig. Blocken die Gegner sind scheiße. So. Arschloch. Habt ihr davon, wenn ihr immer blockt, dann muss ich meine Ultrapower einsetzen. Okay, so. Welcher Wahnsinn unserer Generation. Hier lebten einst Familien. Die Regierung vertrieb sie gewaltsam, um den Zahmischeldamm zu bauen und die Bastille zu sichern. Ah, hier ist die Erinnerung von dem Typen. Ja, das ganze vermostete Zeug hier. Okay. Hörst du das? Das hast du gehört, oder? Nein. Ruhig, Mann. Du bist wie eine Katze auf der heißen Herdplatte. Das ist unsere letzte Runde. Dann wird dieser Slum ausgespielt. Okay. Okay. Schade nur, dass dieser Slum inzwischen wieder begeber ist. Okay, Johnny. Zeig, wie du es gemacht hast. Okay. Hilfe? Okay, das war okay. Die Bastille ist nicht weit. Irgendwo eine grüne Häuserschlucht. Gibt es ja zum Glück nicht viel. Zum Beispiel hier. Hier leben mal Leute? Geächtete und elende Seelen. Da war es besser, weit weg zu sein von der neuen Bastille. Okay. Okay. Hm, könnte hier irgendwo noch was sein? Sieht nicht so aus. So, dann machen wir da so ein Ding kaputt. Tja, die sehe ich jetzt nicht. Häpp! Ähm. Okay. Hüpf. Hüpf. Nillen ist aber auch was ungeschickt. Überall fällt sie runter. Gefahr. Minenfeld. Zutritt verboten. Schön, dass sie es wenigstens selber sieht. Oh, 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 oh. Au, oh. Oh, 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 oh. Tja. Ähm. Nun. Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Das ist der Drecke. Wer lässt eigentlich den Weg frei im Minenfeld? Jetzt nur nicht loslassen Hier muss doch irgendwo lang gehen, verfickt noch eins Wollte lang Hier hier auch nö ich will die minen wieder anschalten nur der spammer kann gegen die roboterfeinde etwas anrichten okay ist er kaputt? ok ein amt schon amt kaputt wörning Das will ich sehen. Hey! Du hast meinen Lack zerkratzt. Tja, ich habe seinen Lack zerkratzt. Jetzt ist er sauer, glaube ich. So. Kratsch. Ähm. Ja, oder? Heia. Das Ding hält sich also nicht schnell genug auf, um den Typen platt zu machen. Hm. So. Du lässt mir keine Wahl. Äh. Kick. Oh, was haben wir als nächstes? Sponge! Kick! Hobbies! 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 Bitte! Hui. Alles ist glücklich. Finden Sie den Eingang zu Bastille. Da ist ein Kanaldeckel. Der vielleicht? Und... Hüpp! Hui! Ich glaube, hier bin ich richtig. Hüpp! Wir sind drin. Gefängnis Einbruch. Das Leiden der Gefangenschaft besteht in der Tat darin, dass es zu keiner Zeit möglich ist, vor sich selbst zu fliegen. Die Festung Bastille. Das berüchtigte Gefängnis Europas. Ihren Patienten wird das Gedächtnis bei der Aufnahme entzogen. Nach Absitzen der Strafe erhalten sie ihr Gedächtnis zurück. Ohne Erinnerung an ihr früheres Leben sehen die Gefangenen der Bastille keinen Grund auszubrechen. Diesen perversen Strafvollzug leitet Madame, die grausame Direktorin der Bastille. Als höchste Herren ihrer Hirne kann nur sie allein auf die Server in der Gedächtnisverwahrung zugreifen. Nach meiner Verhaftung war ich dort mit den anderen Erroristen eingesperrt. Nun schickt Edge mich zurück, um meine Kameraden zu befreien und mein geraubtes Gedächtnis. Zugegeben, die Aussicht auf eine Rückkehr dorthin erfüllt mich gleichzeitig mit Hoffnung und Schrecken. Episode 4 Panoptische Ikone Wir werden uns jetzt noch kurz den Anfang angucken und dann wie immer Schluss machen. Nur Madame hat Zugriff auf die Bastille-Gedächtnis-Server. Finde diese Hündin. Finde heraus, wie du da rankommst. Das kriegen wir hin. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao und wir sehen uns.